und herzlich willkommen zurück eurer virus wischen ist wieder am start und die crazy ducktales oh ne ja es hat sich wie crazy schuldigung two ducktales gib doch einen kleinen ducktale ja das wäre doch mal was crazy ducktales du 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 sie sind da wenn du sie brauchst sie sind bescheuert sie singt sie drauf jetzt haben wir es aber das traut der und ist mister nougat kassel schwedonski ist weg los bruder tt 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 ja genau warum da endlich ein dirty boy kommt david king der dirty boy muss los bruder muss los bruder blümchen blümchen gehen wir rein vielleicht kriegen wir ja lotti karotty hoppel häschen hat schon lange nicht mal gesehen das süße ding vor allem süß gut dass ich noch nicht gegessen habe l lotti karotty lotti karotty wahrscheinlich kommt äh afterbar die frau auch die nur im kurzen sind so viel gesoffen all der es macht doch mal ein Punkt äh bruder schlusslos die die ganze wuhr die verladen nur einmal immer diese warte ist klinz die sind die sind die im drühen im storehouse keine ahnung wie war das auf 90 prozent die man machen alles aber vor einer markt muss natürlich auch wieder da sein und den haken kaputt machen ja ja das ist schon klar aber wer verkackst du jetzt einfach richtig doch das war 99 prozent mehr geht da gar nicht das war 100 hat er mich jetzt nicht gesehen und habe ich ihn jetzt nicht gesehen scheiß aber auf einmal da hat er mich ja gesehen das michael was michael was michael der so leise warum habe ich einen herzklopfen bei den typen ich bin auf der flucht lasst mich in ruhe wo ist das totem überhaupt ja ich gehe mal in die große siedlung rein in die große bruchbude hier da finde ich hier irgendwas in den endlichen kommen den typen nein da ist nix größendes kacktotem ja suchen ich habe noch keins gesehen deswegen also ich habe ein normales weg jetzt habe ich ein zweites normales gefunden das mache ich jetzt auch weg weiß ist das tot immer weit weg entfernt vom killer das heißt es müsste auf der anderen seite der map sein ach so dann ist mich auf der anderen seite der map eigentlich ist es eigentlich ist es immer so also da wo michael war weißt du oder musst du auf die andere seite der map ich bin da aber ich weiß nicht ob michael auch da ist scheiße er ist nicht blöd der killer der ist absolut nicht blöd was läuft hier für film ich bin gerade abgemetzelt worden schrandel der geht zu euch lauft läppchen lauft läppchen lauft oh man alter lauf der hat ruinen sicher drin weil ich mein dienens äh dienens drinnen boah der sieht mich warum sieht er mich hat doch gerade spuren ich glaube gerade spuren schade schade crazy in welche richtung ist er gelaufen äh links von mir ja er denkt dass ich jetzt ach scheiße ich glaube ich auch noch entgegen ich bleibe irgendwas tut ihm alter fotzenbock nein da geht es ja gar nicht lang ist mir zu viel los die weiter weg jetzt hat man ja auch alter bis hafen guten ach man ich bin an der ecke festgehalten verdammte kacke doch mal ich habe mich ganz schön lange ihn gemacht aber nur ein generaar die anderen nicht das war jetzt echt ein langer phase hier hol mich runter hier ist doch schon lange weg ja schon wieder da da hinten vorbeigelaufen sehen wird geil von dirty boy blödes michael ich hab die palette runter das wird eine kurze runde aber ultra mehr zwei gute mögliche ich habe ich angefangen ich habe auch zwei normale totems gemacht die runde gefällt mir gerade überhaupt nicht mehr hast du michael mal gucken was er drin hat na was hat er denn was hat er denn nichts willst du mich verarschen sag mal gibts will er mich verarschen wer ist er denn das wird auch nicht erzählen dass er nichts drin hat leide fehlzerung alter er ist ziemlich schlau hier das ist hier 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 oh das war genial du hast du glück gesagt dass er das sichtfeld für dich nicht hallo jetzt ist ja ausgerechnet mich muss er jetzt natürlich und Gute Hallekeller-Kennens. Und Blatt! Scheinigt so wie was. Boah, ne. So, tschau! Ich krieg doch jetzt nicht noch mal. Ich bin doch nicht so. Wir können die Scheiße alleine machen da. Boah, heftig. Aber eh, gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber das war schon awesome. Ensemble! So, mal zugucken, wie der letzte Rest noch verläuft hier. Wenn du zugucken willst. So. Ja, jetzt doppelt ein Pimp. Oh, guck mal. Guck mal, ich hab die beiden Punkte. Äh, bleib. Und raus. Hey, yo. So. Ja, crazy. Absage machen, ne. Aufschlagen werden, ne. Ciao und ciao. Tschö.